Naja, okay, wir haben jetzt das erledigt und unsere nächste Mission lautet Mutter Dschungel sorgt für uns. Sichert euch die Unterstützung durch die Itzel-Heileck vor Ort. Stoßt wieder zu euren Kameraden. Den Itzel-Heileck. Okay, die sind da oben. Ja dann, meine Lieben, auf geht's. Gleitschirm activated. Ich finde das voll cool. Es gibt ja dann auch verschiedene Skits für den Gleitschirm, die man sich kaufen kann im Edelsteinshop. Zum Beispiel die großen Engelsflügel gibt es. Die sehen ziemlich cool aus. Die weißen und die schwarzen gibt es auch. Ich kann euch dir dann später mal zeigen, was da alles gibt. Okay, nein, ich muss nur weiterführen und dann links. Ich habe wieder kurz keinen Sound gehabt. Schrecklichkeit, was ist denn da los? Müsstet jetzt da sein, oder? Aha. Betreten. Jetzt so ein Fischköpfe, oder? Hallo? Boah, was ist denn halt los? Es steckt... Ah, jetzt. Boss, verzeiht. Kommandeur, was habt ihr von den anderen Überlebenden erfahren? Die Paktsoldaten erzählen alle, man habe Gefangene tiefer in den Dschungel gebracht. Dann müssen wir tiefer in den Dschungel hinein. Ich bin bereit. Moment, wir kennen diese Gegend nicht. Aber es leben möglicherweise friedliche Heilig in der Nähe. Die könnten uns helfen. Wozu? Wir werden mit allem fertig, was dieser Dschungel uns entgegenwirft. Fangen wir an zu suchen. Nicht ohne mehr Informationen. Wir sind in Mordromos Territorium. Und ich lasse nicht zu, dass wir überfallen werden wie die... Aber wir sind keine... Na gut, schön. Reden wir also mit euren Heilig. Kommandeur, seht doch, da drüben. Ibli, die Pflanzenbule sind... Oh. Bogen schützen, Bogen bereit machen. Mordrom wacht. Zeigen wir diesen neuen Heilig, auf wessen Seite wir stehen. Abmarsch. Abmarsch. Böse als die, die ich kenne. Aber die Farben... Wenn die Mordrom wacht, sie sich greift, wird sie nicht für den unschön sein. Okay, Leute, das ist echt ungert ohne Saum. Was ist denn da los? Ich hoffe, das legt sie gleich. Schaut, jetzt habe ich da hinten wen eingesperrt. Oh, auf die roten Strichen am Boden muss man so aufpassen. Die sind nicht ohne. Da, oh! Ah, das macht unserer. Oder? Nein, das macht nicht unserer. Ich habe gedacht, das hat der Heilig gemacht, aber der ist schon tot. Oh, yeah! Gut, dass ihr Fremddinge gekommen seid. Ich bin Ibli von den Itzelheilig. Willkommen und vielen Dank. Freut mich, dass wir helfen konnten. Auch wir haben Leute an die Mordrom verloren und wir bitten euch, helft uns, sie zurückzuholen. Natürlich. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wir müssen unser Dorf warnen. Aber kommt doch mit und lernt unsere Kaana, äh, unser Oberhaupt, kennen. Wir können euch nicht helfen, wenn wir nicht in Sicherheit sind. Doch wenn ihr uns helft, das Dorf zu sichern, bietet euch die Kaana sicher Unterstützung an. Ausgezeichnet. Lasst mich mit meinen Leuten sprechen und dann wird es mir eine Ehre sein, euer Oberhaupt kennenzulernen. Oh, yeah! Okay. Einverstanden. Ritlock und Braham schaut, was es zu sehen gibt und geht nicht zu weit ohne uns. Ihr anderen zu mir. Oh, Ritlock ist so cool. Danke für die Unterstützung, Tribune. Keine Ruhe Sache. Ich hoffe, bloß den Kommentoren passen auf euren Zeichen. Klar. Oh, wow. Okay. Gut, dann reden wir noch einmal mit dem Ibli. Wir werden euch helfen. Geht voran. So ein Riesenfrosch mit so einem fetten Hummermecher, die euch da nicht begegnen. Die neuen Hylaks sind schwer zu durchschauen. Sie machen allerdings einen ehrlichen Eindruck. Ich brauche noch etwas, aber dann habe ich sie begriffen. Darauf verwende ich meine Schnurrhaare, Cass. Also die Ärzte sind mir geschehen, freundlich zu sein. Bei den Dicken bin ich mir nicht so sicher. Der Dicke ist Tislak von den Nuhock. Ibli und ich sind ein Team. Unsere Völker sind Verbündete. Und ich habe ein sehr gutes Gehör. Oh, ähm. Hallo, Tislak. Unsere Speer sind zurück. Tag gleich der Kaaner Bescheid. Die Pflanzenguhle kommen immer wieder. Jedes Mal stärker. Wir sollten das Dorf alarmieren. Aber dann schicken wir jemanden zu den Gefallenen. Ich bin nicht cool, dass die jetzt so Dialoge einbaut haben. Wenn wir so spazieren gehen, sage ich mal. Das macht das Ganze irgendwie interessanter. Habt ihr sie gesehen? Mordrem versammeln sich in großen Massen, gleich außerhalb des Dorfes. Oh. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Ey, das ist wirklich geil. Wenn wir tiefer in Mordremoss Gebiet eindringen, werdet ihr doch allen klar machen, auf wessen Seite ich stehe. Weder die Itzel noch sonst jemand sollen mich für einen von der Mordrem Wacht oder einen Paktverräter halten. Es wäre grausame Ironie, wenn ich wegen falscher Anklagen sterben würde. Keine Sorge. Ich bürge schon für euch. Voll. Nein, wir passen auf unseren Kammerkauf. Ich finde das viel cool mit diesen Brücken und so. Das gefällt mir gut. So, und dieser kleine Ibli bringt uns jetzt zum Oberhaupt, der sicher ganz oben ist. Ach doch. Uh, nette Krone. Kaana, Mialti, Mialtli. Es wird immer schlimmer, Mutter. Kaana, die Mordrem Wacht bereitet einen großen Angriff vor. Wenigstens sind wir diesmal gewarnt worden. Gut gemacht. Wartet. Eure Gruppe ist zu klein. Wo sind eure restlichen Speer? Gefallen. In Gefangenschaft. Wenn diese Neuankömmlinge nicht wären, ging es uns genauso. Mutter Dschungel sorgt für uns. Ich danke euch, Fremdlinge. Seid ihr auch hier, um mitzuhelfen, unser Dorf zu beschützen? Klar. Jawohl. Die Mordrem sind auch für uns eine Gefahr. Wir sind hier, um sie auszuräuchern. Unsere Völker können einander helfen. Ich sage, schlagen wir als Erste zu und treffen die Mordrem, während sie sich sammeln. Einen Angriff erwarten sie nicht. Zu riskant. Unser Volk hier braucht Schutz. Konzentrieren wir uns darauf, die Verteidigung des Dorfes auszubauen. Was sagt ihr, Fremdlinge? Arme Yali hat euch geschickt. Ich würde mich freuen, zu hören, was ihr uns ratet. Komm, Fremdlinge. Wir können die Mordrem-Wacht auslöschen, ehe sie das Dorf erreichen. Ich wäre eigentlich auch dafür, dass wir es gleich angreifen. Also, ich würde jetzt ihr hier entscheiden. Ich würde es angreifen. Angriff ist die beste Verteidigung, oder? Sagt man. Bin dabei. Die Neuankömmlinge und ich sind uns einig. Wir sollten angreifen. Ist gut, Fremdlinge. Wenn das hier funktioniert, verspreche ich, im Gegenzug helfen unsere Schwer euch bei der Suche nach euren Freunden. Viel Glück. Das finde ich nice. Bei allem Respekt, Karana. Hättet ihr unsere neuen Freunde kämpfen sehen, dann wüsstet ihr, wir brauchen kein Glück. Au, das wäre ja aber rot. Okay. Boah, der ist so groß. Der passt ja nicht einmal auf die Brücke. Also, mit Jungs, dass die Brücke da einstürzt, wenn der da rüber geht. Überall. Ja, sie sind neu. Und sie sind klüger und gefährlicher als alle anderen Sklaven von Mordernos. Wie beunruhigend. Doch Mutter Dschungel sorgt für uns. Bisher waren wir auf uns gestellt. Gut, dass ihr hier seid. Keine Ahnung, ob euer Dschungel uns hergebracht hat, aber bei eurem Mordern-Problem werden wir euch ganz sicher helfen. Mutter Dschungel sorgt für uns. Boah, ich finde den Bogen voll cool. Aber die gleichen Gegner sind teilweise echt zark. Also wirklich, man muss echt aufpassen. Oh, kleiner Eber. Oh Gott, der hat schon voll die Leben verloren. Ich hoffe, der lädt sie wieder auf. Nee, der lädt seine Leben nicht mehr auf. Ah, jetzt. Ah stimmt, mit dem, da jetzt ein Drachenjäger bin, habe ich da andere F-Tasten auf den F-Tasten. Was? Was? Das habe ich nicht gelesen. Wie komme ich da durch? Okay, zurück. Oh. Hier rein, oder? Oh, roten Dinger aufpassen am Boden. Natürlich habe ich meinen Streitkolben auch nur am Start, falls mir ein bisschen Gegner zu nahe kommen. Weil ich habe mir gedacht, eine Fernwaffe-Kampffen brauche ich. Eine Fernwaffe-Kampfwaffe brauche ich. Und bevor hier das Zepter kommt, anstatt dem Zepter habe ich jetzt auch Furcht im Bogen genommen. Die Mordrinsacht darf dieses Gebiet nicht zurückerobern. Jemand muss die Position halten, die wir erkämpft haben. Verstanden. Ich benachrichtige die Itzel-Sperer. Sie werden halten, was wir erobert haben. Habt ihr das jetzt gesehen? Das kann ja. Das ist ein guter Ruf, das merkt immer. Ach so, jetzt ist der Käme an der Ruf hier. Das ist das, das ist das. Oh Gott, oh Gott, Kannach. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Noch eine Silvari-Überraschung können wir jetzt gar nicht brauchen. Wegen mir seid unbesorgt. Je stärker Mordremos mich prüft, desto stärker werde ich mich widersetzen. Hey, Huff. Nein, ich hab so ein ungutes Gefühl mit dem Kannach, ganz ehrlich. Da kommt noch irgendwas. Ich glaube, es wird so kommen, dass wir werden sie für ihn einsetzen und allen sagen, nein, er ist nicht bäß und so. Und im Endeffekt verwandelt er sie dann doch noch. Ich wette, irgend sowas kommt und dann sind alle bäß auf uns. Das wird in Mordrem eine Lehre sein. Oh, seht, dort bei dieser seltsamen Blase. Das ist einer unserer gefallenen Speer. Man hat sie hergeschleift, genau wie die Pottsoldaten. Aber was geschieht mit ihnen? Die Mordrem holen sich Leichen vom Schlachtfeld und verwandeln sie in viele Monster. Darum verbrennen wir unsere Toten immer sofort. Hm. Mordremus benutzt sie für irgendetwas. Verhindern wir, dass er unsere Toten in die Finger bekommt. Zerstört sofort diese Blasen. Okay. Okay. Okay, jetzt passiert was, oder? Aber eigentlich auch ganz gut, dass der Kahn auch jetzt so eine Verbindung zum Mordremus hat. Ne, weil er weiß jetzt eigentlich immer, was er denkt und so. So wie ich das jetzt mitkriegt habe. Die Freifähigkeit ist ja ziemlich cool, mit denen er keine Barriere aufdämmen kann. Da vor mir die Projektile abwehrt und so. Ich brauche noch einen Augenblick. Da mit der F2, ich kann es mir nicht sagen. Da springe ich zum Zielort hin und tue dann die Leiter durch den Heil noch ein bisschen. Und bei der F1, da schieße ich so eine Kette, als sollte man es nicht gesehen. Und solange ich mit der Kette mit ihm verbunden bin, verursachte es dauernd einen Feuerschaden. Oh Gott, was ist denn das? Oh Leute, hallo, dreht sich mal um, da ist irgendwas Großes hinter uns. Oh Gott, das ist wieder weg. Schau, da sieht man jetzt die Kette. Die verursacht halt ständig Schaden. Und der ist ziemlich geil. Also ich bin grad ziemlich verliebt in den Bogen, möchte ich sagen. Das ist wie eine kranke Parodie auf den Heim. Ich werde dieses Gebiet halten. Lasst mich nur machen. Geht ihr weiter. Aber bist du sicher? Okay. Achso, das ist wie der blasse Baum halt. Mit den... Was muss ich da runter? Der blasse Baum hat ja die Samenkapseln, wo die Silvari wachsen oder so. Und der Marjima hat da die komischen Giftblasen oder was das hieß. Lieber Tod als Niederlage! Upp, raus da! Oh Gott! Ah, die sind so scheiße, die da. Weg von mir! Tot. Okay, wo bin ich, wo bin ich? Äh, da. Okay, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.